Komm mal höher! Was willst du denn? Da kommt noch mehr, Treffer! Brräh! Yeah! Wer da an der Decke hängt. Ich muss aus dem Schatten heraus angreifen. Hinter dem ahnungslosen Gegner. Da ist die Decke immer am besten. Hallo? Bock! Dass mich der andere gesehen hat, finde ich ja komisch. Boah, das sind aber ganz schön viele. Der hat nicht umsonst gesagt. Schau mal mal. Haha! Ist sogar kurz gelandet. Und den nächsten. Bye, bye! Okay, waren das alle? Auf dich doch mal. Äh, mich lupfen, da kamen wir. Ich kann sicher, aber egal. Doch, da war noch einer. So ein bisschen auch. Dann guck mal her, ich mach euch so fertig. Oh, das wird weh tun. Äh! Zu dir. Das kommt einer her. Party! Einschlag? Oh, ein bisschen wenig. Hier, du bist ein paar mehr. Ohne, ja, dass der Kunde zufrieden ist. Da war das Viech. Zeit für den Ninja-Modus. Ganz schön viele. Ich soll jetzt nur noch vorrücken. Da ist das Viech, nämlich. Oh, oh. Das ist so böse. Ich muss auch mal an die Leine nehmen. Diese riesige, eklige Ratte. Der kann nicht immer weglaufen. Wir kriegen ihn schon. Irgendwas hinter uns. Verstecken die Entwickler gerne mal was. Da bist du. Ich wollte nichts stören, aber ich bin gerade nebenan eingezogen und wollte fragen, ob ich mir eine Blutprobe leihen kann. Warum nicht, hat das Viech gesagt. Weg mit dir. Die Druckwelle, als das Viech gelandet ist. Wie viel wiegt das denn? Eine Tonne? Mehrfaches Ausweichen. Wunderbar. Wollen wir mal so ein bisschen über das Viech auch drüber springen. Oh, Gott, was macht das Viech denn da? Das muss doch unser erster richtiger Endgacker sein. Jetzt setzen wir den Viech zu und weichen gut aus. Komm mal her. Oh, shit. Nee. Kleine Netze macht das Viech nicht. Tja. Und ich ausmache. Boah, ich will kicken die Wand. Ich glaube, das sind die Oscar-Roboter. Schnell fotografieren. Hab ihn. Fantastisch. Perfekt. Foto speichern. Oh, mein Gott, die machen Schaden. Müssen erst das Kraftfeld deaktivieren. Ich mache mal guten Schaden. Ah, da hat's mich das Viech auch erwischt. Mann, wie oft das Viech angegriffen hatte. Ich muss erst zurück an die Wand wieder. Und dann drauf. Am besten von der Wand die bespritzen mit dem Zeug. Das machen wir. Okay, ich muss noch mal checken, ob wir die Dinger fotografiert haben. Nee. Das nervt. Boah. Komm schon. Ah, nicht gut. Kann ja nicht wahr sein. Ich muss an die Wand. Wandzoomen. Kann ja nicht wahr sein. Aber ich stehe direkt vor dem Viech. Komm, stoppen wir das Viech. Oh, yeah. Wollen wir erstmal ein bisschen weglaufen. Mann, ich darf mich nicht dasselbe. Wir müssen uns kurz erholen, weil ich noch ein Foto machen will. Ich habe den Beweis nämlich noch nicht. Wow. So, ich mache jetzt erstmal ein Foto und speichere das. Das bringt es aber nicht. Ich habe den Beweis auch nicht. Ach, das ist merkwürdig. Es reicht jetzt. Bam. Weg mit der Scheiße. Glück gehabt. Das ist so dumm. Ich wollte das Ding fotografieren, aber geht nicht. Jetzt habe ich den Beweis nicht. Hm. Wäre ich mal gerade nicht verreckt. Egal. Dann gehen wir mal raus. Ich habe sowieso zwei Dinge verpasst. Vielleicht ist das noch gar nicht das Ende. Obwohl, wir haben das Blut. Hm. Haha. Schleller laden. Genau, düst mal eben zur Notaufnahme. Oh Gott. Das Vieh ist auch noch los auf die Menschheit. So viele Ratten. Die übertragen Gutinfektionen. Oh Gott. Hinterher. Ich muss allen Ratten folgen. Die folgen wahrscheinlich dem Vieh. Da rennt es doch, oder nicht? Ne, Menschen. Oh mein Gott. Was für eine Rattenflage. Hier lang. Willst du landen? Immer noch geradeaus. Mann, du bist das Vieh weit weg. Wo waren die Ratten alle hin? Juhu. Oh Gott, nein. Gehen immer noch alle hier lang. Da ist das Polizeiauto, oder? Ja. Das war umgedreht, weil das Vieh drauf stand. Hm. Das ist sogar eine Sperre, damit die Ratten da lang gehen. Hahaha. Mein Gott, wie lauht das Vieh hier ab. Dann wollen wir mal rein. Hm. Eigentlich haben wir doch die Probe. Obwohl die Roboter könnten uns auch unterbrochen haben dabei. Anzug ist wieder komplett kaputt. Ja, klar. Wer will denn nicht die Ninja Turtles sehen? Ich kann mein Netz mir einen Hinweis geben, wo der Typ ist. Ah, wieder die gleiche Sache. Jep. Scheint wohl, scheint wohl so, als ob die meisten Müsliumse aufgebaut sind. Moment. Ausgabe, Roboter. Infizierte Schläger. Nee, eigentlich wollte ich einen Roboter. Ich kann den Roboter warum auch immer nicht fotografieren. Oh Gott. Yep. Kümmern wir uns mal um den. Danöben. Hab ihn. Ne, warum auch immer. Das Spiel lässt mich kein Foto machen. Das muss ein Bug sein. Ohne Mist. Oh mein Gott, das Ding ist verpackt. Das reagiert gar nicht auf mich. Das hat Sache. Lüft durch uns her. Süß. Ne, nützt nichts. Schade. Ach, jetzt würde ich das Vieh flankern, wenn das ausfällt, ne? Bye, bye. Ne, leider nicht. Keine Chance. Schade. Ah. Diese Mistviecher. Lüfte doch eigentlich jeder sein. Hätten wir. Meine Güte, die Nerven. Fuck yeah. Fast draufgegangen. Gucken wir nochmal, ob wir den nicht von der Decke holen können. Beziehungsweise vom Boden. Er ist so ein Roboter. Sieht mich groß. Oh mein Gott, ich stehe genau in der Brühe. Das ist ein Dickerchen. Oh mein Gott. Dem lege ich mich erst gar nicht an. Wo wir den nicht so kriegen. Ja, voll. Wunderbar. Hier lang. Wir stammen uns wieder das Dickerchen. Ich glaube, der von Mortal Kombat ist hier, Oh, ganz schön zugenommen. Genieß die Zeit alleine. Ach, ist jemand spucken müssen. Und drauf. Bye, bye. Ich kümmern wir uns auch noch. Ein bisschen Netz hier. Etwas hier. So sieht's aus. Und da klippt deine Decke. Hm, wo geht's weiter? Da durch. Okay, wir sind wieder raus. als Vibrationssensor nutzen. Hm. Gehen wir jetzt mal anders rum. Nö? 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 Immer noch nicht. Toll. Genau daneben. Ich war anders rumgegangen. Cola, hm? Moment. Ich hab doch noch andere Aufträge, was die Kamera angeht. Kann man kleben. Was ist für die früheren Bewohner der Kanalisation? Was könnte das bloß sein? Naja, wollen wir jetzt mal an die Decke? Dann muss er mal ein. Hallo? Genial. Natürlich voll die Warnien stressen. Wow. Was sieht denn da hin und her? Unglaublich. Ich kann die Kompos-Serie unendlich weiterführen, glaube ich. Ei, 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 ei. Zieht euch das mal rein. 38. 38. Ja, ich weiß nicht. 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 Vielen Dank.